willkommen bei einem weiteren beschwerungs video wir haben gerade die musketiere ich habe relativ viele juwelen braucht leider auch viele für das event selbst für die es bis jetzt noch nicht gesehen haben ich bin in einer allianz mit einigen der stärksten eventer die sie dort zusammengefunden haben mit dem ziel team korea zu stürzen als der gesamtwertung und dafür um so gute punkte beim allianz fest ist die dichte am höchsten es ist am schwierigsten da vorne zu sein von allen anderen events und so da ist es einfach viel schwieriger weil geschlossen viele ja gemeinschaftlich probieren die punkte zu erzielen normal teilt sich das ja oft ein paar sind spezialisiert auf drei sterne ein paar spieler machen vier sterne ein paar fünf sterne natürlich gibt es aber die bei allen drei stufen voll dabei sind aber in dem fall kommen werden die alle zusammengezählt kommen alle in eine wertung in diese gesamtwertung da und wir haben so das ziel ausgärts ziel ausgeben ist schwierig aber ich glaube dass man zumindest ungefähr 23 50 eher mehr eigentlich eher mehr pro person preise bin man fast sicher dass man mehr braucht warum wir am anfang da noch sehr weit hinten sein wie man sieht 139 seit es liegt daran dass da jeder spieler also das sind lauter die meisten sind viel erfahrener bei events als ich ich bin eher einer von den schwächeren was das betrifft und die spielen level für level und spielen das level wirklich nur fertig wenn das board perfekt ist das heißt wirklich durchspielt hat bis jetzt eine spielerin duty calls diese fahren ansonsten hat von uns noch keine doch doch durchspielt alle anderen seien irgendwo haben vielleicht erst die hälfte von drei stern gemacht oder irgendwie ein bisschen mehr halt jetzt sage ich jetzt nur noch meine punkte von drei stern da bin ich fertig ein level vier stern das heute noch nicht gut durch kriegt das ist noch nicht dabei das abgezogen sprich knapp 604.000 punkte bei drei stern wenn sie interessiert wer auf punkte spielt kann sie es anschauen möglich sind ungefähr 615 16.000 so ungefähr seien von uns jetzt bis jetzt die bessere level zusammenzählt also vielleicht 620.000 wird ungefähr das maximum was möglich sein was möglich ist sein okay das ein einblick dafür braucht eben wie gesagt leider viele juwelen für refills die flaschen habe ich ausgeben jetzt bei valhalla rising für verschiedenes farmen aber bei juwelen habe auch für beschwerungen schauen wir ins portal was gibt es die neue milady die einfach für rasch ein so ein monster ist dass ich sie schon gerne hätte also ist spezialgebiet von ihr nur so viel sonst ja im normal ist natürlich sinnlos sie macht genug schaden dass sie vielleicht einmal irgendwo bei einem event team irgendwie rennen flutschen könnte aber wirklich brauchen würde sie da dafür nicht also das ist da geht es tatsächlich darum dass dieser besonders starker rasch hält ist aber es wäre eine option für ein lieber denkt falls es irgendwann einmal kommt das würde mich auch freuen würde wahrscheinlich schon sobald die die ressourcen hat machen für es als partner ist im kontrollanteil also gemeinsam mit ein heiler kitty ist was für rasch vielleicht auch ob und zu bei vier ständigen es kommt darauf an welche helden unterwegs sind ich würde einfach eine gern haben damit diese falls es sich herausstellt irgendwann einmal leveln kann die beiden drei stern sind glaube ich beide gut vor allem fällt dann sollte man einen haben zumindest die kriegt man aber so leicht dass im normalfall mit zwei zähnen maximal sollten beide da sind jetzt schauen wir noch die anderen helden portos wer für mich persönlich viel wert weil er die danen held ist wirkliches upgrade zu tot und wahrscheinlich auch bei türmen würde ihn wahrscheinlich einsetzen die königin ist eben wieder rasch spezialistin datan ja ein feiner schützer ja schauen wir uns die roten an 1,3 prozent davon sehr selten also von fünf stern helden ich hätte vor ich mache meine drei münzen und dann beschwöre ich würde fünf mal zehn beschwerungen machen das ist mein plan dann habe ich nur über 50.000 juwelen wie gesagt ich werde sie brauchen für andere dinge wenn ich den krieg freue ich mich wenn ich will eh die gleich kriegen sollte theoretisch wenn es dabei wäre das wäre natürlich ein glück wenn wir schauen vielleicht hören auf also auf geht's heute mal die daumen bitte ja feld nicht wie gesagt für drei stern rasch vor allem das an viele verzauberungen dabei dieser glaube pflicht dass man spielen kann jetzt nicht dass man aufstellen muss dass man immer spielen muss aber gegen bestimmte teams kann man einsetzen und wird natürlich auch sonst in anderen formaten gegen bestimmte teams wird das sehr gut sein und selbst gegen x beliebige teams macht ordentlich schaden ist schnell also den will ich haben habe ich gesagt war klar dass man kriegt wenn man so viel also wenn man die beschwerungen macht jetzt geht es los erste zehner will je habe ich schon gehabt und ist leider nicht gut es war gut es ist planche auch da also ich habe für asla ein kostüm das doppelkostüm noch nicht den monat selten aber werde ich nicht benötigen selbst mit doppel ich habe einmal gemacht aber ja ich selbst mit doppelkostüm jetzt nicht mehr interessant genug für mich zumindest das problem ist man sagt immer ja langsam für rasch zumindest kann man es einsetzen auf ein gibt es auch schon da das problem ist nur in vielen fällen sind die schnellen und mittelschnellen helden fast genauso stark in rush für den damage stack und die kann ich aber sonst auch einsetzen und deswegen werden die dann halt gebraked die sind dann schon vorhanden und gibt es keinen grund warum man dann extra an langsamen helden wenn er nicht besonders gut ist spielen sollte und milady de winter wäre so jemand der besonders gut ist so eine so ein drei stern war klar da wird man geflutet von planches und felten mit den quoten die dabei sind ja aber den einen dann anderen wie viel geht es hin ja hin ja wenn es noch blanchett kommt da ja drei stück sind vorbei zwei habe ich gesagt machen schwierig geht gar nicht anfangen sollen wenn man anfangen und dann kriegt man nichts dann würde am liebsten nicht aufhören weil im moment habe ich gar nicht so viele helden die unbedingt gott leveln möchte und gott keine fünf stern und ich würde halt gern die helden die leute kriege und die jetzt halt futter werden wenn sie keine gescheiten sind dann würde es jetzt ganz sinnvoll verfüttern können an jemanden ist natürlich ein gutes argument da jetzt alles rauszuhören naja letzte chance ein 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 schade hat nicht sollen sein es ist bitter ja es wäre schön gewesen so ein helden zu kriegen tatsächlich unbedingt brauchen es es gibt dann andere in anderen portalen wenn er nicht in naher zukunft aber spätestens in einem monat spätestens wenn die ninjas wiederkommen bin ich froh wenn man aber juwelen bis dahin bleiben wir dann machen die beschwörungen auf jeden fall auch mehr sind als jetzt die helden ist an alle in ihren in irgendeinem bereich sind alle gut aber es ist jetzt nicht so dass man sie unbedingt braucht deswegen hilft nicht muss meine wunden lecken muss kriegs angriffe machen andere angriffe einmal schauen an zwei videos kommen vielleicht noch danke fürs zuschauen wo ich mehr glück beim beschwören viel weniger geht ja nicht